Wo ist meine neue Gegner? Ich dachte, ich kämpfe gegen McGregory. Wo ist er? Wer ist das? Salam Aleikum Ja, passt auf. Das ist meine Gegner. Wo ist McGregory? Ja Salam Aleikum, Asbullah Salam Aleikum Wie geht es dir heute? Bist du bereit für deinen Kampf? Ich dachte, ich kämpfe gegen McGregory. Ist Abdur-Rusik auch hier? Er kriegt auch auf die Fresse Wo ist McGregory? Sag sofort McGregory ist meine Gegner Wie ist der Name von dieser Neue? Heißt der Schaban? Er sieht aus wie ein Schaban Heide, Asbullah. Gib mal deine beste Kombination Links rechts Geh lieber zum Arzt. Meine Kombination ist so hart. Deine Hand ist bestimmt gebrochen. Hast du verstanden? Hey, guck mal. Da ist doch Abdur-Rusik Abdur-Rusik, komm runter. Willst du kämpfen oder nix? Komm runter. Warum kletterst du wie ein Maimun? Du Affe Hasbullah, wir holen ihn jetzt da runter und dann kämpft ihr beide gegeneinander Weißt du, wie ich mit Abdur-Rusik und diesem Schaban mache? Ich nehme so seinen Kopf und drehe hoch, Ken Und dann ist er noch Kau Warum guckt er mich so an? Hasbullah, bleib erstmal ruhig hier vor den ganzen Kameras im Ring. Zeig sie ihn dann, okay? Was gibt es für Lachen, du fette Chines? Du siehst aus wie eine Chinese Hast du gesehen, wie er Angst hat, dieser Chinese? Ich gebe ihm zwei erfolgen als Knockout, dann Abdur-Rusik und dann holst du McGregory drei Leute einen Abend, mache ich Knockout. Kein Problem Hasbullah, du willst gegen McGregory und die anderen beiden kämpfen. Kannst du sagen, wie wirst du gewinnen? Drei Knockouts einen Abend. Diese Faust, mein Gesicht. Hast du Angst? Hasbullah, ganz ruhig, ganz ruhig. Nix durchdrehen Okay Alter, komm Abdur-Rusik, jetzt bist du dran. Hast du Angst? Ich sehe die Angst in deinen Augen. Du kleine Chines Komm, füllst du Hasbullah, bitte ruhig bleiben, bitte Stopp, stopp, stopp. Du greifst gleich an, stopp Bei Kampf knock ich dich aus Abdur-Rusik. Hast du verstanden? Alter, komm Ey, lass mich los Ja, Abdur-Rusik, im Internet hat zu große Fressen. Jetzt hast du Angst, hä? Ich kann sehen deine Angst Zitter nicht. Zitter nicht, Abdur-Rusik, ich werde dich ausknocken Oh, sag ruhig, was das super meine Mutter gesagt ist. Los, hei, abdur-Rusik, hier ist eine Faust. Ah, lock auf Okay, das reicht mit Vaters Kannst du dich mal grüßen? Hallo, mein Freund Mensch, Hasbullah, ich danke dir vielmals Hey, Leute, tschüss, nix vergessen, meine Videos zu liken Hi, der tschüss, ich bin Hasbullah Yo, Freunde, was gedacht, wir hoffen, dass ihr das Video hat euch gefallen, Freunde Freunde, das war ein neues Video mit Hasbullah, nix vergessen zu liken Kommentieren Und Glocke aktivieren Und Freunde, wenn ihr uns unterstützen wollt, checkt unseren Merchandise ab Der ist ganz oben in der Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Video Wir sehen uns beim nächsten Video